Good morning, geh mit dir Es ist die Gagos Später, hallo schon auf, wir weggehen die Besten aus dem Traum Mach doch mal die Outflow Und der Shen hat Ey, was ist das doch so gedacht? Das ist eigentlich Feature Shen hat voll den guten Jungle Tier, ja Ah, du bist schon Level 2 Okay Freie Okay Gibt mir den einfach Ne, was weiß ich, den hab ich mir verdient Nein Der hat nochmal gefragt, ob das ein Rank ist Aber ich traue mich nicht Die Diana hat gefragt Die Diana ADC Ne Diana ist mit Lane Ja Ich hab keine Knall, ich kann sie nicht 100 zu 0 Ich hab keine Knall, ich kann sie nicht 100 zu 0 Musst du probieren? Ich weiß ja nicht, dass ich nicht vorher versuchen Oder so einfach zu spüren 4-1 Spishes Wohoho Guck, wegen dir verliere ich jetzt die Lane Dankeschön Ja, ja No Gangs Du hast keine Knall Äh, ich kann den nächsten Mal holen Also ich hab jetzt Ulti Äh, SS bei mir Brauchst du meine Ult? Oh, ich sitze Ja Häh Häh, ich geb ihr eine Full-Combo 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 Sie outfaded mich Hast du auch Ulti benutzt für eine Full-Combo? Nein Wahrscheinlich wenn ich die anderen hab Eine Ulti benutzt Aber sie outfaded mich halt einfach Obwohl ich eigentlich die Head bin Eigentlich Aber nein Irgendein Jungler muss mir ein Case Anfänger Always playing zu Jungler Das war für den Red letztes Game Was soll das machen? Das war für den Red letztes Game Hmhm, der hatte eine Schuld Oder was? Ne, was meint ihr? Fass-Buff ich mache ja Warum hat die Rilde jetzt 10 Kills? Hä, denkt die Rilde, die kann mich fighten? Ninja! Dieser Old Carder, der war echt nass. Oh, musst du geflasht? Ich kann mir eingefallen, du bist ja wieder. Joll! Joll, tsch! 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 Ihr wird weiter rasiert! Rasiert! Ihr wird weiter rasiert! 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 Je! Still! Easy. Warum klappt das Team eigentlich? Wenn wir so zu drin spielen. Weil ich Masi gespielt habe. Das ist natürlich Zeit! Auf die längere Hände mit dem Bickel gegeben!